Es geht um meine Schwester. Ich denke, es war Mord. Mein Name ist Cormoran Strike. Ich bin ein Privatdetektiv. Ich bin Robin. Robin Ellicott. Sie glauben also, Lula Landry wurde ermordet und wir haben bei den Ermittlungen gepfuscht. Sie hatte Angst. Er wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Hier sind 1000 Pfund. Als Anzahlung. Behalten Sie das Geld und niemand wird böse sein. Verpiss dich, Mann! Der Fall Lula Landry. Wer hat die Ermittlungen geleitet? Ich gebe Ihnen einen Rat. Nehmen Sie das, was Lulas Bruder Ihnen gegeben hat und legen Sie sich wieder hin. Er bevorzugt Beweise, die eine vorgefertigte These unterstützen und ignoriert die, die Sie widerlegen. Mein Little Rock weiß viel mehr, als ihr jemals wissen werdet. Ich gebe Ihnen den guten Rat. Halten Sie sich fern von den Bestiguys. Das war es, was Lula Landry. Das war es, was Lula Landry告訴 Sie in den Bestiguмос. Ich habe die Ermittlungen erstellt. Ich habe die Ermittlungen hier in den Bestiguerel in den BestILLmacht. Vielen Dank.